hallo was geht ab hier in einer neuen folge von minecraft bad words ich weiß nicht welchem ich bin kommt team rot team grün kein bock totes schlaf nice stats warte ich schaue mal gleich was für stats er hat wahrscheinlich geht es hier unten gold oder was ist hier ich hoffe das nicht unnötig gewesen es ist unnötig gewesen oder ist es nicht unnötig gewesen wenn man die lol da kann man einfach runter als ob das fließt dann einfach runter falls da niemand ist was ist das denn für eine scheiße leider sehe ich nicht in meinem aufnahmenprogramm wie lange es schon geht aber zum glück gesicht ist hier ich habe ich bin versucht so eine kleine runde zu machen die sollen nicht lange dauern zehn minuten geil weniger auch geil mehr nicht geil denn die guckt man die videos nicht bis zum ende das ist nicht nicht kann ich bin fast gestorben ja genau so möchte ich das sehen zwei doch von mir ich brauche noch ein bisschen zu fordern so 16 bronzer ich sagte 16 ist nicht durch ich möchte ja nicht schon mit geile geschichten wird von runden blabbern aber durch die schnitt gewesen das ist auch gut so 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 ich habe gerade eben noch ein bisschen gespielt und wieso habe ich das gerade gezeigt? Ihr seht das doch eh. Easy. Meine Skills. Das war gerade übrigens extra. Der hat jetzt sich alles Gold gegönnt. Und der ist tot. Der hat sich wirklich alles Gold genommen. Hier ist kein Gold mehr. Da sind zwei gelbe. Nur noch ein gelbe. Nein! Ja, diese Scheiße. Oh, ne, es fließt doch nicht ab. Ey, ey, nee, nee, nee. Das hat er jetzt nicht gemacht. Oh, hat er auch nicht. Der ist ein netter Gui. Ein netter Gui? Ein sehr netter Gui. Und? Ja, es ist eine Sekunde Unterschied. Es ist zwar nicht ganz synchron. Und er hört zwar gerade irgendwelche Leute auf Russisch rumschreien. Aber juckt mich nicht. Denn mein kleiner Bruder ist in meinem Zimmer. Der macht da irgendwas. Und mich juckt das irgendwie nicht, weil ich gerade in der Aufnahme bin. Nein, ich bin es nicht. Ich bin nicht der Echte. Ich bin Faker vom Echten. Nicht. Diese gelben. Ich hol sie mir. Ich hol sie mir. Ist das in Ernst? Das ist einfach gerade so mies gewesen. Ich will irgendwie einfach nur die Gelben töten. Die haben mich gerade getötet. Mit Gold. Womit ich sie eigentlich boas beim Mold. Aber nein. Die wollen das einfach nicht. Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Ja, man kann die Gitter aber noch mehr runter. Ich habe jetzt irgendwie eingestellt, dass ich die Pause stoppe mit dem Hotkey. Also pausiere. Aber ich habe ihn vergessen. Mein Hotkey. Das ist echt krass, Leute. Sowas vergisst man schon ganz schön schnell. Nicht. Aber ich habe es wirklich vergessen. Nee, sie kommen schnell. Ja, tötet sie. Tötet sie. Bist du nicht. Da kommt einfach von hinten. Mann, diese Scheiße. Diese Scheiße. Meine Kanäle, da haben wir doch weiter geboot. Um...